Die 6. Flotte räumt auf. Wird Zeit einzuschreiten. Lange Geschichte dieses Gebäude. Das meiste davon ziemlich hässlich. Er ist ein Schloss. Mit richtigem Kerker. Sollte jeder Belagerung standhalten. Es überstand jeden brutalen Winter. Die Besetzer hatten nicht so viel Glück. Das Kloster hat die Zeiten nicht überlebt. Im letzten Jahrhundert waren hier alle, die die Regierung nicht wollte, aber auch nicht ausschalten konnte. Unzählige lebende Opfer des letzten Krieges, von dem ich echt dachte, wir hätten ihn gewonnen. Aber es ist wohl wie beim Pferderennen. Wer auf das falsche Pferd setzt, hat Pech gehabt. 627 ist das Ziel, das Makarov will. Also lassen wir ihn frei. 30 Sekunden. Rolle 2-1. Ihr Jester 1-1. Zwei F-15 sind unterwegs. Vier Harms für den Abschnitt. Bereit halten für Angriff. Over. Bestätigt, Jester. Ausschalten. Zielerfassung. Box 3. Box 3. Guter Abschuss. Guter Abschuss. Rolle 2-1. Sie haben freie Bahn. Viel Glück. Ende. Rolle 2-1. Verstanden. 2-2. Alles verstanden. 2-3. Bestätigt. 2. Greift an. Verstanden. Verschuss für Schuss für Schuss für Schuss. 2-2. 2-1. Alle Scharfschützen. Hier McTavish. Bereit halten. Stabilisieren. Verstanden. Alle Scharfschützen. Angriffsfreigabel. Nach rechts. Position wechseln. Stabilisieren. Bereit. Implisieren. Nach rechts. Position wechseln. Vier Feinde auf dem nächsten Turm. Festhalten. Shepard. Die Jäger soll sofort das Feuer einstellen. Das war zu nah. Ich verschaffe ihn etwas Zeit. Ein Mann in einem Gulaik bedeutet, der Navy im Moment nicht viel. Verdammt, Armys. Ich dachte, das wären die Guten. Schluss damit, Coast. Ruhig bleiben. Zweite Melle los. Bereit halten. Drei Meter. 2-1 landet bei Ziel. Team 1 hat mir lebt. Los geht's los. Die Bereitschaft. 5-3 geht in Beobachtungsposition für Scharfschützen. Unterstützung over. 5-3. Hier 2-1. Alles bestätigt. Nimmatio, Nimmatio. Jetzt wird der Pfeil zur Ruhe. Wir haben die Pfeil zur Ruhe. Wir haben die Pfeil zur Ruhe. 2-1 in feuer Position. Verstanden. 2-1. Ziel im ersten Stock wird markiert. 2-1 bestätigt. Sechs Ziele nähern sich schnell. Action. Ziel auf 11 Uhr. Ziel auf 11 Uhr. Rauch, der Kuss. Wir sind leer geschossen. Rutsch. Schnau. Schnau. 1-1. Schnau. Schnau. Ziel entdecken. Eine flache Mauer unter dem Stacheltrat. Kann ich schießen. Ich nehm ihn nicht. Hat nur eine Sekunde nicht. Afe! Rauch. Sperrfeuer. Lade nach! Gino! Ziele unter dem Dach gehört hinter der flachen Mauer! Habt Ziel im Visier! Ziel erledigt! Rutsch! Vier Personen oben auf dem Dach des zweistöchigen Gebäudes! Brauch Deckung! Achtung, Erkissenabber! Rutsch! Feinde im zweiten Stopp! M203 benutzen! Lade nach! Sperrung! Einer fließt auf dem Dach des zweistöchigen Gebäudes! Der Eingang ist weiter vorne! Weiter! L-Jow! Kontakt bei dir auf L-Kur! Ziel neutralisiert! Es geht los! Wir gehen rein, schnappen den Gefangenen 627 und verschwinden! Ecken überprüfen! Los! Rutsch! Stark! Kontakt auf 11 Uhr! An der Bogen! Ziel neutralisiert! Rutsch! Schaltet hinaus! Kugel! Da vorne ist der Kontrollraum! Dort finden wir uns und die Gefangenen! Ich hecke mich in ihr System und suche nach den Gefangenen! Das wird eine Weile dauern! Verstanden! Roach! Wir übernehmen die Zehn! Mir nach! Oh mein Gott, unter die Waffe ist der Fall. Ich glaube, der Ente von진at, unter die Waffe ist ein your orsatz. Ich bin der Waffe. Ich bin der Waffe. Ich bin drin. Ich verfolge Ihren Fortschritt auf den Überwachungskameras. Verstanden. Ist die Position vom Gefangener 627 bekannt? Negativ. Kamerai ist ein Scheinwerfer auf Ihrem Stockwerk. Das sollte es einfacher machen. Roger. Aufpassen. Der Gefangene ist vielleicht in einer dieser Zellen. Dost. Hier ist eine Sicherheitstür. Öffnen. Ich bin dabei. Mit der Hardware ist nur ein. Geht los. Kontrollen mit der Aufwärmung. Verstanden. Bereitheißen. Geschafft. Schon besser. Los. Brauchtdekung. Roll. Haltet ihn aus. Gehlehrte. Steck hier. Die Zelle ist gesichert. Bewegung. Sprechen Sie mit mir, Ghost. Die Zellen sind leer. Ich hab's. Gefangener 627 wurde in den Ostflug verlegt. Sie müssen durch die Waffenkammer im Zentrum. Das ist der schnellste Weg. Roger. Vorher. Rund an die Waffenkammer. Bewegung. Sehen Sie etwas Schönes? Schlechte Nachrichten. Ich sehe drei. Nein. Vier feindliche Trupps, die sich ihrer Position nähern. Ich kann Sie kommen hören. Los. Wir sind hier zu ungeschützt. Ghost, Tür aufmachen. Schöpft ab. Wir haben Sie total verriegelt. Ich muss einen anderen Weg nehmen. Zu spät. Sie sind schon da. Vorsicht. Es kommen noch mehr Ziele zu Ihnen. Wir werden mehr Deckung brauchen. Einsatzschild mitnehmen. Aufmachen. Die Haufen fahren. Ich hab's. Ich gehe über den Nottankreis. Los, los, los. Lecken Sie mit dem Einsatzschild das Feuer auf sich! Komar! Feind in der Gefängnisstelle rechter Seite! Habt nicht Kontakt! Sie brechen aus der Deckung! Ziel neutralisiert! Komar! Feind am Ende der Halle bei der Zellentür! Habt nicht Kontakt! Proach! Braucht Deckung! Komar! Ziel auf 2 vor! Roger! Ich sehe ihn! Goast! Ziel auf 5 vor! Wer ist? Wo sind wir? Was sind wir? Wir müssen uns nachvollziehen! Wir müssen uns die Blockade beherrschen! Die Flucht sind auf der Seite, auf der Seite zu schlagen! Die flucht auf der Seite! Exel, Lutofor, Router, copy it! See you, heavy! Hier ist Ghost. Meiden Sie die unteren Stockwerke und seilen Sie sich durch das Fenster ab. Verstanden. Roach, mir nah. Captain McJavish, letzte Ebene gesichert. Wir treffen Sie unten. Im Einzelhabsblock funktionieren die Kameras nicht. Der Strom muss dort ausgefallen sein. Roger, alle auf Nachtsicht umschalten. K-9, Ziel, zwei Uhr. Kann ich schießen. Ich sehe ihn nicht. Roach, mach sie fertig. Sehen Sie ihn in den Zeichen. Hab ihn. Die ist leer. Die ist auch leer. Sicher. Sicher. Die ist leer. Shepard, was zur Hölle war das? Die Navy muss das Feuer einstellen. Die Navy ist gerade nicht zum Sprechen aufgelegt. Bereithalten. Bravo, sechs. Sie haben das Feuer eingestellt. Gehen Sie weiter. Ich halte Sie auf dem Laufenden. Ende. Hirte. Hubert. Weißt du, was ich weiß, was ich hierą will. Das ist der Film. Das ist der Film. Das ist der Film. Wir sind jetzt in den Neuen. Wir werden uns verstecken. Sargon. Was erwähnt? Das ist die Frage. Der alte Duschraum liegt etwa 10 Meter vor Ihnen auf der linken Seite. Sie kommen nur durch die Wand rein. Sie kommen nur durch die Wand. 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 Ich habe rechts unter ihm zu fahren. Ich habe K欄! Meine Wand auf. Schau! Bleibse von sich! Was ihr auch tut so, tut sie's schnell! Bravo 60, siehe ihr Feuer, Geschirr wird abgelassen. Los, los! Einhacken! Los, los! Festhalten! Fest! Yeah! Fest! Ist ire. Fest! 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 Klingel Oh, 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 oh. Aufstehen! Wir rücken vor! Bestätigt. 2-1-Ende. Die Evakuierungszone wird schwer getroffen und wir müssen Ihnen etwas Zeit verschaffen. Ruhe! Ruhe! An alle! Die Landeszone steht unter Sprener verschutzt. Die meisten Positionen ausschließlich machen und angreifen. Sie haben uns gesichtet. Scharfschützen, Raketenwerfer und schwere Einheiten. 12 Uhr westlich. Oberloch, die Hunter 2-1. Vorderen Luftschlager. Over. Äh, negativ 2-1. Alle verschüttbaren Lufteinheiten sind mit Notfallürekordierungen am Rotomack beschäftigt. Nach Westen zum Fliegebäude vorrücken und Unterstützung gehen. Ende. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Hunter 2-1. Vorderen Luftschlager. Seitlich, du! Oh!